Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Geldtransfers, Kosten und Funktionsweise von Moneygram und Co. Geldtransfers auf dem Prüfstand, Moneygram und mehr unter der Lupe. Im heutigen digitalen Zeitalter ist die Übertragung von Geldmitteln von einem Ort zum anderen durch Dienstleistungen wie Moneygram, Western Union und andere ähnliche Dienstleistungen einfacher denn je. Doch wie funktionieren diese Geldtransfers genau? Dieses Thema nimmt im Laufe des Artikels an Tiefe und Komplexität zu. Moneygram – ein bewährtes Modell. Moneygram ist ein Finanzunternehmen mit Sitz in den USA, das sich auf Geldtransfers spezialisiert hat, indem es seinen Kunden eine schnelle und bequeme Möglichkeit bietet, Geld auf der ganzen Welt zu senden und zu empfangen. Der Prozess ist relativ einfach. Ein Benutzer geht zu einer Moneygram-Filiale, füllt ein Formular aus und gibt den Geldbetrag ab, den er senden möchte, plus die Servicegebühr. Der Moneygram-Mitarbeiter leitet dann den Transfer ein und das Geld steht dem Empfänger innerhalb von Minuten zur Abholung bereit. Quelle die Welt des Geldtransfers, Moneygram-Money Transfer Comparison 2020. Western Union – ein Pionier in Geldtransferdiensten. Ähnlich wie Moneygram bietet Western Union auch eine bequeme Möglichkeit, Geld zu senden und zu empfangen. Die Methode ist fast identisch. Der Sender besucht eine Western-Union-Filiale, füllt das Formular aus, zahlt den Betrag und die Gebühren und das Geld wird fast sofort auf das Konto des Empfängers überwiesen. Quelle – Geldtransfers leicht gemacht. Western Union – Western Union – 2020. Wie sicher sind diese Dienste? Trotz der Bequemlichkeit dieser Dienstleistungen gibt es Bedenken hinsichtlich ihrer Sicherheit. Beide Unternehmen haben umfangreiche Sicherheitsprotokolle, um sicherzustellen, dass Transaktionen sicher durchgeführt werden. Dies schließt in der Regel eine Überprüfung der Identität des Senders und des Empfängers sowie eine Überwachung auf verdächtige Aktivitäten ein. Quelle – sichere Geldtransfers, was Sie wissen müssen, Finance Online 2022. Zusammenfassung. MoneyGram, Western Union und ähnliche Dienstleistungen haben die Art und Weise, wie wir Geld übertragen, revolutioniert. Sie bieten eine praktische und in vielen Fällen kostengünstigere Alternative zu Banküberweisungen. Trotz kleiner Sicherheitsbedenken setzen Millionen von Menschen auf der ganzen Welt weiterhin auf diese Dienstleistungen für ihre Geldtransferbedürfnisse. Written by Anita Farke, Sonntag, 14. April 2024. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.